Das Englische, das Himmlische, wie in dem Film Der Engel über L.A. Die Engel sind unsterblich. Sie hören die Sphärenharmonie beim Sonnenuntergang am Strand. Aber sie haben keinen sterblichen, wunderbaren Körper. Der Schmerz und Lust und Dasein verspüren kann. Ich habe einen Körper, der sich wahrnimmt in der Bewegung durch den Raum, der sich spüren kann von seiner Leber ins Leben hinein. Sie haben einen Körper, der sich spüren kann. Was stellen wir nun damit an? Und was tauschen wir aus? Und wie weit kommen sich unsere Membranoberflächen? Und wie weit kommen sich die Sphärenharmonie beim Sphärenharmonie beim Sphärenharmonie beim Sphärenharmonie beim Sphärenharmonie? Und wie weit kommen sich die Sphärenharmonie beim 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 Sphärenharmonie beim